Herr Steiger, die Automobilindustrie muss angesichts des Klimawandels und der Notwendigkeit CO2-Emissionen einzusparen, weiter an energieeffizienten Antriebstechnologien forschen. Mit welchen neuartigen Zukunftstechnologien befassen Sie sich derzeit bei Volkswagen? Bei Volkswagen haben wir eine mehrfach geteilte Strategie. Auf der einen Seite verbessern wir kontinuierlich die Effizienz unserer bestehenden Antriebssysteme. Das zweite ist die Einführung alternativer Antriebsenergien, wie zum Beispiel Erdgas, aber auch Elektromobilität. Und das dritte ist es, die Dekarbonisierung dieser Energieformen voranzutreiben. Das heißt, wir müssen mehr und mehr durch regenerative Anteile diese Energien ersetzen. Neben innovativen Automobilen sind zukünftig auch neue Mobilitätskonzepte besonders in Städten gefragt. Wie sehen hierzu Ihre Vorschläge aus, die auch über Carsharing hinausgehen? Nun, neue Mobilitätskonzepte sind, wie gesagt, für Städte besonders wichtig. Dort gibt es in der Regel ein reichhaltiges Angebot. Hier ist die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Angeboten extrem wichtig. Wir sind hier mit Mobilitätskarten unterwegs, sodass wir ein Bezahlsystem, ein Organisationssystem haben. Wir integrieren auch die Auswahl für das verschiedene Mobilitätskonzept in unsere Navigationssysteme, sodass man in Zukunft dann auch wählen kann, ob man die Fahrt mit einem Fahrzeug fortsetzt oder doch auf den öffentlichen Nahverkehr oder gar an Fahrrad wechselt. Welche Rolle spielen die zunehmenden Konflikte um wichtige Ressourcen für den Automobilbau, beispielsweise für Akkus oder Batterien? Wie sieht hier die Zukunftsstrategie von Volkswagen aus, beziehungsweise wie denkt die ganze Automobilindustrie darüber? Nun, wir beobachten das äußerst kritisch, allerdings nicht so kritisch, dass wir es in unserer internen Sprache auf Rot setzen würden. Wir sehen teilweise durch eine zeitlich nicht gerichtete Nachfrage nach Ressourcen durchaus hier Schwierigkeiten, aber langfristig sehen wir die Versorgung mit Rohstoffen nicht gefährdet. Parallel dazu setzen wir ganz stark auf das Thema Recycling. Wir müssen Ressourcen effizient steigern, indem wir einen Großteil der wertvollen Stoffe aus unseren Produkten wieder herausholen und deshalb wird auch bei den Batterietechnologien von Anfang an parallel dazu das Recycling aufgebaut. Welche politischen Weichenstellungen sind notwendig, um die ökologische Transformation der Automobilindustrie voranzutreiben? Wir werden ganz stark von unseren Kunden getrieben. Wir können nur die Produkte am Markt unterbringen und einsetzen, die von den Kunden auch gefordert werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass der Kunde erkennt, dass es für ihn persönlich günstiger ist, auf ein alternatives Angebot umzusteigen. Wenn wir Personen und neue Kunden für Elektromobilität gewinnen wollen, dann muss ich diese rechnen und komfortabler sein als bestehende Mobilitätsszenarien. Ansonsten würde er das nicht machen. Deshalb brauchen wir veränderte Rahmenbedingungen. Wie sehen Sie jetzt ganz allgemein die Zukunft der Automobilindustrie? Wir reden viel über Carsharing, über Elektromobilität. Welche Ideen gibt es da noch? Worauf können wir uns freuen? Nun, wir schöpfen heute unser Geschäft aus dem Bau und Verkauf von Fahrzeugen. Mittlerweile verdienen wir mit dem Verkauf der Fahrzeuge und mit den entsprechenden finanziellen Angeboten fast so viel wie mit der Produktion. In Zukunft werden wir über Mobilitätskonzepte weitere Möglichkeiten haben, Gewinne zu erzielen, sodass dann, wenn wir auf Basis stärkerer Standardisierung und effizienterer Verbrennungsprozesse und Herstellungsprozesse auf dem Bau der Automobile weniger verdienen, werden wir die Verdienste woanders herholen. Ich glaube nicht, dass wir hier von anderen überholt werden. Wenn wir erkennen, dass die Geschäfte profitabel sind, dann werden wir die auch betreiben. Wertschätzung in der χarten. Vielen Dank.